so hallo leute ich habe jetzt meine Tatsache hier mit zwei Passivkriegern hinten drin dadurch dauert es viel länger bis die Waffen so hinten hier unten sinken ich zeige euch mal kurz nichts ohne sein würde das war schon und mit denen ich mache es so kümmer und den hier auf die Asche und den da hole und das mache und das mache und und den ich nicht in die Eifel aber nein der ist auch nicht wichtig so dann packe ich jetzt noch den hier drin und den da ran, da ran, da hin und das dauert viel länger ich will mal kurz, was ich sehen kann mit Führer und die Zin kann alle anderen linken mit Führer und die Zin kann alle anderen linken mit Führer und die Zin kann alle anderen linken ich hoffe ich habe das nicht weg 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 ich habe den hier nämlich hier den neuen so ich habe immer noch hier einen alten habe den kann ich jetzt auch laden weil ich den A ja gerade gespeichert habe ich habe das große Geschäft er ist extra so lang gebaut wie man sehen kann vier geräder lenken auch zum großen und natürlich auch noch scherzenshalber mein allererstes mini fahrzeug und nur noch nicht er noch die hintersteuerung um um er hat ich bin hier mit einer richtigen Ramm-Maschinen das ist es ist ein ja komm wir bauen was heute ja komm wir haben Und Klenken wird seine Reifen ich war so mit der Reifen und der hier ran und ja dann gehen wir schon mal hier so da steht es immer gut in der Nacht nieder auf die Klappe vorne dran steht steht für mich da erst gerade Klipp und Klappe Klipp und klar große Schäden draufsteht dass ich gerade auf die Hörer eine Hälfte achten ja auf gar nix die auf man darf und festigen schon wieder Oh, ja. 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 um das ist ein guter guter, leitender doch eigentlich noch einmal lenken 2 um Arzt doch 3 das ist es zuerst war und verkauft verkauft hat 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 Prozent Ah, die sieht echt ziemlich cool aus. Ich finde, dass die Ornament hier hinten dran haben. Das sieht voll cool aus. Das mache ich mit meinen tausend Dinger hinten dran. Drei Teile. Über die Räder. Ohne juckt keiner. Ich habe Allradantrieb. Heißt, wenn die Vorderräder wechseln, kann ich immer noch den Weg lang schneiden. Ich fahr eher von Tal rein in die Gegner. Aber hinten habe ich mehr geschützt. Es ist immer gut, wenn man gerade fliegt. Oder verfolgt. Naja. Ich werde mit dem Räder die Räder nicht mehr schützen. Entschuldigt. Über die Räder nicht mehr schützt. Ich werde mit dem Räder nicht mehr schützt. Ich werde mit dem Räder nicht mehr schützt. Es ist dran, aber da wird es nicht mehr schützt. Ich hole mir nur noch schnell ein paar Kills. Hätten hätte ich eh nicht mehr können. Aber 859 ist schon eine Menge. Five Raids. Mit einer Shotgun. Muss ich wohl den anderen wieder raus holen. Oh ja, das schaut ganz. Raids Frachtgut Rennen. Frachtgut Rennen sind immer gut. Was muss ich nicht schaffen? Eigentlich müsste es gut abgehen, weil hier Leute mehr und Leute versuchen probieren werden. Aber sieben Mal machen heute. Sieben Mal, sieben Mal. Ich hole mir die leertvolle Ladung ein. Alles war so schwer, Dinger. Boom, 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 boom. Boge. Geh, hab ich zu Hause. Geh, hab ich nicht mehr. Oder die geht einen Mal. Oder die geht dich? Okay. Ich bin dran. Jetzt bin dran. Tschut veo die Leute. Dimm dann schon kurz. Ich bin dran. Ich bin dran. Cain. Okay. Okay. Ich bin ein wenig, die ganze Gruppe Kürtel. Ich habe noch die Sachen zu bringen. Ich habe noch die Sachen zu bringen. Es ist schon wieder die andere. Dann habe ich die andere. Ich bin ein wenig, die ganze Gruppe zu Punkt fährt. Ich habe noch nie die andere. er auch nicht ich bin schneller wer kann spielen muss es nur so sein es ist ja schon wieder und sieben von ihnen eben ein Stück erledigen das ist kein wenig ich hab schon sehr viel Schaden gekriegt von wegen Ramm, ups mit Ramm, ups mit Ramm bei Ramm mit Ramm mit Ramm Okay. Ich hab neun von zehn eingesammelt. Das zehnte hab ich den zehnten hab ich ja nicht mehr gekriegt. Das ist ne fünf! Und? Ah. 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 wir werden jetzt im heutigen Part 5 von gemacht werden und jetzt wieder mit dem normalen Ding weiter der hier ist wirklich nur gut für die Raids und jetzt wieder mit dem Lausen Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 So leicht macht man das. Das war's für heute. 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 Was ist heute? Das war's für heute. Das war's für heute. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Endlich. Zeit mehr. Ich kann nicht mehr an den Klopfen. Noch eins. Und noch eins. Hier. Oh, da bist du schon. schlange jetzt vertreten st so wird das nicht mehr auch nachfüllen 4 richtig krasse schwerter 6 ich bin immer noch alt die dinge hat mich etwas erschützt wo ich sehe sowieso perfekt daran die Hände Bam 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 Uff Ich habe gar kein Schaden gemacht Oh! 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 Halleluja! Halleluja! Das sieht doch nicht so cool aus. Mal sehen, wohin Netflix, den ich gesehen hatte mal. Ach ja, in der Direct 2. Oh mein Gott, ich bin so cool wie denn. Was wurde? It's time for a death ray! ...ja, das war die Ansprüfung an der Battler. Wow, wow, man kann da angeschlafen. und es gibt noch mal oben Weg von dem man dann wohnt dabei kann und wo ab geht es zu durchbauen und da geht es 100 Jahre später und da geht es 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 Ahn um und da geht es und da geht es mehr so eine Echte Karte Loll soll es der von zurück in die Zukunft sein wo auch nicht mehr so war aber auch nicht mehr gut ich habe auch Stichenträger Loll die Hand hat die Erfahrt die Kinder ja genau okay das ist jetzt aber 100 prozent mit weg das ding hat nur waffen er hat keine waffen keine einzige es ist das ist ja vielleicht doch nicht genau was ist das bitte oh gott oh gott nein oder oh lol was lenken da da und da es sind ach so was ist der ich muss den ganzen ausdrücken sieht lustig aus äh duck house oh oh oder 3 im es ist einfach oder eine andere Prozent Prozent um hohn des todes kudel die Und das ist wie du einen Rack-Sum-Ass Der sieht auch cool aus Wirklich? Wirklich? Das ist alles Das ist alles Okay Das will ich auch probieren Das will ich auch probieren Das will ich auch probieren äh Dau-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au Lulig-laulig-lulig-lululul Das lachhet Das klein Da plane was schießt ein es ist so dumm es ist es ist es der ist doch auch mit nichts oder der ist doch ist das nicht wie soll es nicht gern mit den zweck an aufeinander sind ja ich weiß es einfach dort auf der tasche ich doch schon keine mini knarre kaboom frisst das frisst gott peng peng schießt meine taschen ab ihr habt nichts gegen mich zu tun toyota tundra ok was zum hänker egal gucken wir mal wie viele aushält also um die rammt niemand mit einem toyota und dunklen peter der mit euch mit dem vollen voll klar fährt das sieht schlecht aus wo ich bin hier der ist gepanzert vorne ja und so schottet man den neuen toyota tundra nein kein markt kein markt keine ahnung ich fühle mich nicht so aus ich bin eher so ein opel-typ alles was zum zinkern aber nein 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 boom einfach boom an lo bobo 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 b am wauber und stehenden alles klar was ein daten was ein daten wie viele verdammt eine scheiß Motoren hatten wir denn? nix, einfach eine RAM-Maschine ist das hier das war nichts von mir oh mein Gott RAM, Bitches Run Run cool sieht aus, ja ist das ein Schubus sein? ist das ein Schubus? das ist ein Schubus dem Schubus möchte ich nicht begegnen aber damit Fahrrad projet könnte cool sein da 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 dada da da dada da da dada da dada da 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 dada ein paar in den hängen ein ein das ist dumm ich bin dumm ich weiß ich bin dumm ist das einfach nur Alles klar, meine Augen. Peng! Was zum... Da, 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 da! Was zum Henker? Was soll das? Ja, das soll. Funk! Das soll ein Motorrad sein. Machst du drinks von Schnale? Ich muss sä let's säe auf. Hot Bombs! Los! Genau. Maman 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 Loll Maman 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 Das ist dumm Cool aus dem Tutor allerdings das muss man sagen Ja natürlich ein Ferrari LOL ist der langsam Was soll das denn sein? Ein Drache? Wollt auch noch mal ein Drache Ja Du 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 Nein oder das ist die Kferde hoch Hat nur eine einzige kleine Mini-Vorderlenkung Uhhh Wollt auch mal 40k Ok Kaboom Fing 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 Kaboom Boof Boom Boom Mmm Boom 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 Gim Boom Yes the morse buggy Alles klar das ist ein einziger das ist ein einziger großer Wacker mein eigenes Wort zu finden und ich bin nun ja legt euch nicht mit ihrem krassen Ding an Lelala 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 BOOM Upsi jetzt bin ich genau abgehauen ZEGG HINTERHER HINTERHER die werden einfach die Sünden nicht geschaffen werden die da wirklich schön werden HINTERHER HINTERHER wie in vielen HINTERHER 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 DOWBLE KILL über den 1 mit den Spiels der sieht gut aus ein PENG PENG hat er irgendwas Uff nein nix der sieht krass aus ich sehe mal nicht warum die Leute hier oben oben welche Sachen noch anbauen um wie viele sind das äh viele viele ja viele um wow bon taboo boop 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 to do boop Biddub, Biddub, Biddub. Warum macht ich echt diese Zoom-Geräusche? Ich möchte jetzt nicht in den Kommentaren, was ich von diesem Holly-Huren-Typ, die da stehen haben, wegen, äh, weil du dumm bist oder so. Bist du mich eh wieder gemeldet? Denn Holly-Hure geht mir voll auf die... Und ich weiß, dass sie nicht Holly-Hure heizt, aber ich nenne sie soweit sie nur Hure heizt, weil sie mal Arsch machen. Arsch doch wieder, keine Ahnung. Ich bin ein Flugzeug. Okay, ich bin ein Flugzeug. Okay, ich bin ein Flugzeug. Ich bin ein Flugzeug. Dumm, dumm, dumm. Ding, macht kein Sinn, sinn, sinn. Ne, wie, ja, tschau. Oh, ja, echt gut. Oh, toll. Das ist der Beste? Äh, toll. Hä? Das ist einfach nur ein unfertiges Stückchen Scheiße. Warum? Warum, ach, der... Ach, der braucht jetzt überhaupt so wenig Daumen. Oh, jawohl. Ich bin da so richtig. Der hier wäre es gut. Der hat einfach mal einen Flammenwerfer hinten dran. Und funktioniert. Oh, ja, das ist eigentlich gar nicht so alt. Oh, das ist eine kleine Halt. Oh, ich bin da. Oh, das ist eine kleine Halt. Oh, das ist eine kleine Halt. Oh, das ist eine kleine Halt. die 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 ich weiß ich hab das ein bisschen falsch Schuss Nein ich glaube wir spielen im nächsten Part mit dem Sniper Ding ja dann müssen wir es machen